Schönheit als Ausdruck einer ausgeglichenen Persönlichkeit ist für den Erfolg in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Darum ist unsere Philosophie ein schöner Geist in einem schönen Körper. Von Vitalis bietet Ihnen nicht nur ein umfassendes Angebot an Kultursport, Wellness und Hotelabendort, sondern auch bestausgebildetes Fachpersonal wie meine reizende Kollegin Michaela. Denn ihr Wohlbefinden ist unsere erste Devise. Ich habe mich für meine neue Nase entschieden, weil ich mein ganzes Leben unter Komplexen gelitten habe. Es war teilweise so schlimm, dass ich nicht mehr in die Schule gegangen bin. Und darum bin ich jetzt extrem froh. Schreiten wir doch mal zur Tat. Ich würde sagen, hier nehmen wir ein bisschen vom Nasenflügel ab und hier oben einfach die Wurzeln ein bisschen höher. Ja, und wenn wir dabei sind, könnten wir doch vielleicht diese Fältchen hier unterspritzen und die Augenlider etwas straffen. Untertitelung des Zimas Foto Schreiten Kulturs